Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Beim letzten Mal haben wir, ähm, haben wir so ein bisschen ein paar, 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 paar Zombies. In dem Moment, da hinten wollte ich durch die Tür gehen, oder? Ich glaube, ich laufe gerade wieder weg von da, wo ich, äh, hingehe, genau. Ich wollte sie rüberschmeißen, genau, das war das. Ich erinnere mich. Mach es nur auf, sonst nichts. Naja, alles gut. Die kriegt da schon hin. Ich glaube, die ist alt genug. Ich glaube tatsächlich, dass die alt genug ist. Oder? Ja, doch. Wieso, geht doch. Kann ich die Stange, ich wollte gerade sagen, die Stange kann ich bestimmt mitnehmen. Dankeschön. Äh, ich frage natürlich nur, ist die... Ich glaube, die ist besser. Ich glaube, die ist besser hier. Kann wir hier zumachen? Dann suchen wir Tommy. Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Das ist doch gut. Deshalb brauchen wir das Auto. Ah, wir brauchen ein Auto. We need. Evakuieren? Wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Nee. Mann, das ist hart. Kannst du das Zeug zurücklassen? Willst du noch ein bisschen langsamer gehen, oder? Willst du noch ein bisschen langsamer? Nee, ne? Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist der allein. Guck mal. Oh, was ist das denn schönes? Was ist das denn? Nachricht an Bob. Äh, Select. Äh. Bob, ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Takt zu laden, falls du ihn öffnen musst. Die Kombination ist bla 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 bla. Äh, warte mal. Die Kombination muss ich bestimmt merken. Nachricht an Bob. 5, 17, 21, 5, 17, 21, 5, 17, 21, 5, 17, 21. Oh Gott. Oh Mann. What the fuck? Ach du Scheiße. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Na super. Mitnehmen, mitnehmen. Nuss. Schluss, Passa. Oh, hier ist ne Leiter. Wunderschön. Wunder nice. Hoffentlich schießt er uns nicht gleich. Das wäre so ein bisschen was, wo ich mir denke, so hmmmm. Lieber, ne. Ne, ne. Du sollst wieder. Digger. Wo kann ich diesen sonst hinpacken? Sollst du die hier ranstellen? Danke. Mann, 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 Mann. Oh Jumus, ein schöner Sessel. Sieh mal. Ich glaube, es könnte nice werden. So, boh. Sieh doch mir. Ich, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen. Als Absicherung. Weg ist es. Ah. Ja, vielleicht wäre es echt nicht besser. Äh, vielleicht wäre es echt besser, wenn sie ne Waffe hätte. Ich meine, wenn wir mal angegriffen werden, kann sie jetzt denn auch was tun? Oder, seh nur ich das gerade so. Sie luft es rein. Komm hoch. Okay. Er beschützt sie voll so. Ich muss das Ding mitnehmen. Jupp, ich muss das Ding mitnehmen. Das war nicht geplant. Scheiße. Fuck it. Da wollte ich nicht runterspringen. Ah. Dammit. Das ist okay. Ich möchte dich gegen den Angriff von Klicker zu verteidigen. Wann kommt denn mal endlich was? Hallo Spiel. Hast du dich aufgehangen? Hallo. Hallo. Spieli, 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 spieli. Ich drücke alles wild. Spiel? Ah, jetzt. Alles klar. Kannst du noch ein bisschen länger laden beim nächsten Mal, bitte? Das wäre super. So, wir müssen das Holzbrett auf jeden Fall mitnehmen. Das müssen wir auf jeden Fall mit nach oben schleppen. Ist okay. Kann ich mal. Ist kein Problem für mich. So, das alles wieder mitnehmen. Komm rüber. Baut ein tolles Brett. Das hier können wir nehmen. Ja, meine ich doch. Dann kurz hier ranstellen, dass ich es dann leichter hoch schleppen kann. Tö, tö, tö. Ist wie ein Puzzlespiel hier. Du dürft es rein. Komm hoch. Okay. So. Dann legen wir das natürlich hier rüber. Warte ich wieder auf sie. Hopp. Scheiße. Ist das ein Klicker? Ich glaube, das ist ein Klicker, ne? Toiletisch, wenn ich doch direkt auf ihn einschlage. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte das sagen. Was heißt das? Wenn wir bei ihm sind, überlass mir das reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er, er ist nicht gerade nett. Okay. Okay. Will ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden. Okay? Okay. Warte, 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 warte. Okay. Oh Gott, eine Falle. Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Wetten Sie, läuft das einfach so durch? Wetten Sie, kann das einfach durchlaufen? Nee. Die geht tatsächlich runter. Hey, hier ist ja nicht gedacht. Oh, was ist denn hier schönes drin? Was, ich habe nichts gehört. Von da meinst du jetzt. Oh Gott. Ach du... Hier muss ja ein Viech drin sein. Das hätte dir gerade gegengeklopft, ne? Jawoll. Darauf habe ich ja Bock. Darauf habe ich ja jetzt Bock. Weil ich sehe auch keins. Ich müsste doch irgendwas sehen. Das ist auch scheiße. Wenn ich erst was sehen soll. Wenn es wirklich zu sehen sein soll. Also wenn ich etwas sehe erst. Wenn das Spiel sagt. Jetzt siehst du es. What the fuck? Da habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Von wo kamst du denn jetzt? Arschloch. Warum konnte ich ihn denn nicht sehen? Was ist denn hier los? Digga. Was? Wieso konnte ich ihn denn nicht sehen? Das ist doch dumm. Rachel. Sonst dürft ihr euch gerne durchlesen wieder. Pause drücken. Ich, äh, nö. Woher soll ich das wissen? Ich finde jedenfalls schön. Okay. Uh, mehr Medikamente. Das ist sehr, sehr nice. Ähm. Ich glaube, damit haben wir aber schon alles hier mitgenommen. Aber natürlich können wir irgendwas bauen. Zähnlich können wir ein Messer bauen. Dann machen wir das mal. Hier haben wir auch schon alles. Ich möchte mal eben. Genau. Scheiße. Achso, das hätte ich da machen. Ja gut, okay. Dann haben wir halt ein Messer. Ist auch okay. Wir hätten jetzt nicht hier drei Trilliarden, Leute. Es kotzt mich an, dass ich die nicht sehe, ne? No trespassers. Woher muss ich denn? Ah, hier. Scheiße. Okay. Theoretisch? Können wir doch da ran, oder nicht? Oder brauche ich denn eine Leiter jetzt? Halt die Fresse. Okay. Das heißt, wir müssen sogar in das Haus, oder? Übersehe ich gerade was? Ach, Moment. Quatsch. Ich kann ja theoretisch auch. Okay, zurück. Zurück. Okay. Ich kann ja theoretisch auch mit den... Bogen. Wenn man es noch zielen könnte, ne? Wer ist der Schiss? Äh, der Shit. Oh, krass. Die Dinger sind... So kann man es auch machen. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall tot. Okay. Pfeil verschwendet. Nice. Oh, Munition. Was labert ihr Dude? Okay. Okay. Siehst du? Zurück. Als wenn die das nicht anlockt. Muss sie doch anlocken. Bleib in meiner Nähe. Jaja, halt doch mal die Fresse, Mann. Soll ich nicht immer so fürsorglich. Bist ja schlimmer als meine Mutter. Nicht schon so eine richtige Glocke. Halleluja. Gott, verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Okay. Wow. Ich seh, dass sie schon kommen. Joel! Scheiße, sie kommen. Oh Gott. Schneid das Seil durch, Mann. Geht tot, Mann. Scheiße, Mann. Schneid doch das Seil durch. Mach 64, Tippel. Arschloch. Oh Gott, Klicker. Der hat mich direkt. Ficker. Ne, nur ein Klicker ist ein Ficker, ist das. Oh Gott, es fehlen. Ich mach das schon. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Scheiße, nicht getroffen. Nicht getroffen. So, jetzt kommt ein Klicker. Nee, erstmal kommt er. Ah. So, jetzt kommt ein Klicker. Ah, scheiße. Lass mich runter, Mann. Oh Mann, ich kann ihn aber auch nicht treffen. Wie soll ich das denn machen? Scheiße. Um Gottes Willen. Ah, fick doch die Wand an. Scheiße. Ich muss direkt auf den Klicker gleich gehen. Ich muss sie sofort umbringen. Was Sinn macht. Aber ich muss sofort auf den Klicker gleich gehen. So, Wichser. 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 Ah. Please. Ich weiß nicht, wie ich an den Klicker gleich vorbeikommen soll. Kann ich vielleicht etwas anderes noch auswählen? Ich kann ihn aber auch nicht weglocken oder so, den Klicker. Scheiße, ich treffe ihn nicht. Da, er trifft mich. Seht ihr das? Egal, was ich mache. Er trifft mich. Egal, was ich mache. Ich muss ihn halt direkt schon... Es ist... Wow. Kümmer dich ums Seil. Wie lange macht sie denn? Wie lange braucht man denn, um so ein Seil durchzuschneiden? Was ist sie denn für jemand? Please. Wie lange braucht man denn, um ein Seil durchzuschneiden? Man lad nach. Weil er auch eben nachgeladen hat. Ich muss den Klicker direkt erschießen. Wir müssen direkt auf den Kopf. Aber es ist gar nicht so einfach. Arschloch. So, jetzt kommt da hinten der Klicker. Obwohl, ist das schon der Klicker da hinten? Ist der Klicker, ja. Ich habe ihn nicht den Kopf abgeschossen, oder? Oh mein Gott, ich habe ihn erschossen. Lass mich jetzt endlich runter. Bin bereit, Ellie. Halt durch. Können wir das vielleicht ein bisschen schneller machen. Das wäre der Shit. Oh Gott, ich muss ich sie beschützen. Man, wie lange brauchst du denn für so ein Seil? Hätte sie mal eine Waffe, ne? Arschloch. Ich kriege sie halt auch nicht zu fassen. Wie soll ich sie denn erwischen? Ein Biss tut dir sowieso erstmal nicht weh. Mein Gott, Digga, wird das mal ein bisschen... Danke. Alter. Digga, geh weg. Geh doch. Digga, lauf. Oh, Scheiße. Oh Gott. Ja, ja, ich lauf dir einfach daher jetzt, Mann. Oh Gott. Die töten mich. Oh Gott. Okay. Messer, Messer, Messer. Oh Gott. So. Geh drüben. Ja, ja, ja. Oh, Digga. Oh Gott, das will ich erst mitnehmen. Es wäre eigentlich Verschwendung, wenn wir hier nicht nachgucken. Munition. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Kommt, sie kommen her. Kommt weiter, hier lang. Durch den Knack. Geh doch mal nachhoch, Mann. Los, Ali, schnell. Ich lauf jetzt, glaub ja. Mach Tür zu. Schieb doch den Riegel vor. Alter, Digga, was ist denn ein Problem? Oh. Mach mal lang. Scheiße. Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschau. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das kurz. Ich brauch ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Bist. Nein, pass du auf. Du hast mir Handschellen. Jetzt mal den Mund. Ja, halt doch mal die Fresse, Mann. Was redest du an? Ich werde zwischen mir in Erwachsenen reden. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist auch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ja, ja, wir bleiben hinter dir. Alles gut. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht einfach die Fresse hält. Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach die Fresse hält. Und sich alles nur noch schlimmer macht. Was ist sie für eine? Warum sage ich so viele Dinge an letzter Zeit? Oder in diesem Part besser gesagt. Was ist los mit mir? Was ist los? Auf dem Weg. Ja, wir gucken uns hier nochmal ganz kurz um. Nehmen alles mit, was mitzunehmen ist. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, was ist einfach für die Burt? Nieser. Dankeschön. Was war für diesen Part? Ich hoffe, er hat euch so weit gefallen. Falls ihr alles auf jeden Fall an der Bewertung habt, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Wenn das heißt, let's play for Last of Us. Bis dahin. Tschö, tschö.